Hallo, hallo, hallo! Heute wieder bei den Taunus Fightin Nittstein. Liam hier, der Drillsergeant, oder wie sagt man bei euch, Sensei, Dojo, Meister, Instructor, wie auch immer. Liam wird uns heute strietzen. Ich bin schon danach, nach dem Training. Das heißt, ihr könnt gleich sehen, was wir machen. Also, seid gespannt! Ich bin schon wenn ich in den Tag meinen Tag herbegratet habe. Ja, das war mir dran. Wir können auch, wie ich da, wie ich komme. Ich bin ja weiss. Ich bin ja weiss. Ich bin ja nah, das ist noch nicht so. Ich bin ja. Dann ist ja jetzt jetzt bei Meister. Ich bin ja nicht so. Ja, ich bin ja nicht so. Ich bin ja weit. Ich bin ja nicht so. Ich bin ja nicht so. Ja, ich bin ja nicht so. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.